Musik Mit SE-Tours, Rad und Schiff durch das grüne Herz Hollands. Entdecken Sie Südholland auf einzigartige Weise während dieser achttägigen Reise. Ein unvergesslicher Urlaub, ein Paradies für Radfahrer. Amsterdam ist der Auftakt zu ihrer Reise durch Südholland. Die lebendige Amstel-Metropole ist eine farbenfrohe Stadt mit vielen Gesichtern, die jeden Besucher schnell in ihren Band zieht. Amsterdam wird geprägt durch die mittelalterlichen Grachten, die sich kreuz und quer durch die Tulpenstadt ziehen. Schauen Sie genau hin, in den Wassern der Grachten spiegelt sich das Bild einer lebendigen und vielgesichtigen Stadt. Hier erwartet Sie die MS Sir Winston. Herzlich Willkommen an Bord! Ein gemütliches Schiff mit viel persönlicher Atmosphäre und familiärer Gastlichkeit. Die Kabinen sind bequem und funktionell eingerichtet, die Räumlichkeiten behaglich und gediegen. Ihr schwimmendes Zuhause für Ihre Zeit auf dem Fluss. Sie fahren durch das grüne Herz Hollands. Von Amsterdam nach Alsmeer passieren Sie 14 Brücken, die meist für die Sir Winston hochgezogen werden. Damit Ihrem sportlichen Einsatz auf zwei Rädern nichts im Wege steht, halten wir für Sie leicht laufende Fahrräder und E-Bikes von grundsolider Qualität bereit. So gewährleisten wir Ihnen besten Komfort und natürliche Sicherheit auf allen Wegen. Kapitän und Gru der Sir Winston sorgen dafür, dass sowohl beim Schiff als auch bei den Rädern immer alles rund läuft. Tägliche Radtourenbesprechungen mit unseren erfahrenen Reiseleitern werden Ihnen helfen, die richtige Route zu finden, die Sie zu den attraktivsten Sehenswürdigkeiten vor Ort führen. Und dann über den See kommen Sie direkt in die Mitte von Ballon. Und schon kann's losgehen. Gemütlich radeln Sie über gut ausgebaute Radwege, durch herrliche Landschaften zwischen malerischen Kanälen, eindrucksvollen Windmühlen und prächtigen Binnenseen. Weiter geht es nach Leiden, einer überaus lebendigen Grachtenstadt. Ein streckenerfahrener Reiseleiter steht Ihnen jederzeit mit Tat und Rat zur Seite. Wer noch Mumm in den Waden hat, tritt weiter in die Pedale bis in das Städtchen Gouda, wo es das ein oder andere Stück des berühmten Käses zum Probieren gibt. Kaum eine Provinz ist abwechslungsreicher und hat so viele Gesichter wie Südholland. Großstadtleben und unberührte Natur liegen hier dicht nebeneinander. Erleben Sie so unterschiedliche Städte wie Delft, die Porzellanhochburg mit dem berühmten Delfter Blau und natürlich Rotterdam, den drittgrößten Hafen der Welt, dessen Spitzname Manhattan an der Maas angesichts der Wolkenkratzer aus Glas und Beton durchaus seine Berechtigung hat. Beim reichhaltigen Frühstücksbuffet, das so richtig Lust auf den Tag macht, haben Sie jeden Morgen die Möglichkeit, Ihr Lunchpaket für Ihre Tour ganz individuell zusammenzustellen. Gut gestärkt heißt es dann wieder, rauf auf die Drahtesel und hinein ins Vergnügen. Pure Lebenslust auf zwei Rädern. Kinderdeik Eine kleine Stadt wurde schnell über die Landesgrenzen hinaus bekannt, als die UNESCO sie wegen ihrer zahlreichen Windmühlen in das Weltkulturerbe aufnahm. Auch die Silberstadt Schonhofen mit ihrer bezaubernden Altstadt und Utrecht mit dem beeindruckenden Dom ist sicherlich einen Besuch wert. Doch wer herausfinden will, ob er eine Hexe ist, sollte durch das schöne Polderland radeln, nach Audewater, denn hier steht das legendärste Hexen-Waghaus der Welt. Auf dem Rückweg nach Amsterdam besuchen Sie in Saannam vielleicht noch ein Freilichtmuseum, das das historische Erbe der Niederlande zeigt. Mit dieser herrlichen Reise durch das Land von Rembrandt und Van Gogh ist es etus eine fantastische Kombination gelungen zwischen sportlichem Einsatz an Land und purer Erholung in netter Gesellschaft auf der gemütlichen Sœur-Winsten. Gönnen Sie sich einen kleinen Urlaub zwischendurch. Herzlich Willkommen an Bord!